Und damit herzlich willkommen zu TSB 2020. Wir fahren... ...von... ...von... ...Gemünde nach Lohrbahnhof, eine Regionalbahn. Wir fahren dabei über... ...langen Prozelten. Lohrbahnhof. Ist also nicht so lang, die Strecke. Die Vereinigung empfehlen wir die ab. Müssen wir da mal gucken. Wir müssen aber jetzt immer den Rettungssender voll machen, das ist quasi natürlich in Regeln. So, jetzt aber. Wir haben heute mal eine kleine schnuckelige Bahn, nicht so lang. Wir haben noch nicht so viele Haltestellen, von daher wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß beim Zugucken. Ich freue mich über Unterstützung, Feedback konstruktiv natürlich und äh, genau. Abos, Follower, wie auch immer ihr möchtet. Dankeschön. Lass einen Daumen da. Bis dahin. Bis dahin. 2 3 8 5 6 7 8 not 8 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020